Hallo und herzlich willkommen bei Rainbow Six Siege. Bei mir sind der Björn vom LS NPD. Hallöchen. Die Sam. Hallo. Der Quietsch. Hallo, ich bin Quietsch. Und der Max von Immer noch Bears. Hi, ich muss euch mal kurz ruhig schalten. Ja, macht es ruhig. Was spielen wir Chalet mit Bombe? Ach, schön. Wir gehen Chalet befreien. Und das ist die erste Aufnahme. Ja, natürlich. Ja, ja, das ist die erste Folge. Und ich werde das Spiel immer noch nicht auf einer SSD installieren. Ich glaube langsam, ich werde das doch mal machen. Da ist schon Mayo. Installier das mal auf dem USB-Stick. 1.0. SSD USB-Stick. Oh, Fireman spielt jetzt für Hanna. Danke trotzdem. Danke, Ubisoft, für diese wertvolle Information. Oh, 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 die sind immer und zwei. Nicht kaputt machen, die sind im ersten Stock, Mann. Ah, okay. Im ersten Stock? Ich habe die Treppe nach oben gefunden. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Hi. Guckst du morgen hin? Hi, ich bin die Drohne. Hui. Mal jetzt hier ein bisschen Ringelpeats mit den Typen. Oh, die haben eine Caveira. Aufpassen. Einsatz in 5 Sekunden. Freche Leute. Oh, sie haben meine Drohne nicht gesehen. Also vielleicht mittlerweile schon, aber... Lalalalalalalala. Ich lau hier hoch. Aber ich glaube, ich mache es auch gleich wieder freiwillig. Aber ich glaube, ich mache es auch gleich wieder freiwillig. Da stand schon einer morgens rechts. Er ist nicht vor mich stehen. Ich schmeiße mich hier unten. Entschuldigung. Ja, lade mal nach, du. Ich schieße mal hier drüben, das fängt da drauf. Ich schieße mir mein Schild kaputt, du. Ja, da ist einer eigentlich genau vor dir. Ja, ich sehe es schon dahinter der... hinter dem Bücherregal oder was. Aber mal, du wurdest entdeckt. Da kann da die Kameras zischen. Ich kann da leider nicht. Einer ist weg. Sam, da vor dir links. Der da? Ja, rechts müsste auch noch irgendwo einer sein. Die Gegner sind einfacher als die vorhin. Das ist gut. Oh, ich habe irgendwie gerade die Faktion. Aua, aua, aua. Wo? Ja, danke. Mach bei uns raus. Danke. Sehr nett von dir. Hier bei mir, wo ich tot bin. Wo war das? Kamera kaputt. Oben am Balkon. Ah, Mist. Einer ist noch bei dem anderen Bauch. Da geht's. Er ist verletzt. Ich sehe ihn doch. Hier. Hier ist der letzte. Ja, da kommt er gerade. GG. Ich habe einmal auf den Gegner geschossen. Ich auch. Ich habe dann ihn getöten. Ja. Ich habe dann getötet. Mit meinem Deutsch habe ich ihn getötet. Ja. Mit meinem Gesicht. Ich bin fest überzeugt, dass sich schon Leute in den Tod gestürzt haben, wenn sie zu lange Zeit mehr verbracht haben. Hallo. Wie nehmen wir denn? Komm. Moxen hat halt einen dicken Hintern. Ja, so ein bisschen. Unwesentlich. Unwesentlich. Moxen sitzt auf zwei Stühlen. Ja, ist manchmal echt leise. Den muss ich mal lauter drehen, du. Wobei ich schon überlegt habe, mir vielleicht einfach zum Zocken so einen Stressless-Sessel zu holen. Das ist voll stressfrei dann, habe ich gehört. Ja. Die sind, die sind super bequem, die Dinger. Ja. War einer mit Klo in der Mitte? Nee. Nein, Klo. Das ist mit Getränkehalter. Nicht sowas. Mit Getränkehalter. Klo in der Mitte. Im Gegensatz zu, äh, an der Seite. Verstehe ich nicht. Ich finde die Position, die wir haben, voll scheiße. Ja, das sind 100 Drohnen, ey. Mach doch was dagegen. Mach die doch mal kaputt. Ja, ich bin Mute. Hallo, ich bin Mute. Oh, hier noch ein bisschen. Ich hab noch Wände. Ich hab noch Wände, 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 Wände. Ich auch. Ich hab noch Kameras. Wenn du mal deine Wände gesetzt hast. Als Actuary hat man Kameras. Ja, ich weiß nur hier irgendwie nicht, wo ich die sinnvoll kriege. Irgendwie dieser, dieser Ort ist so unpraktisch. Nur ein bisschen. Ja, scheiße. Ehrlich gesagt. Wo gibt's denn noch Wände, die man... Hier. Nee. Hier. Nee. Hier. Ha. Guck an. Ich... Ich bleib beim Feuer. Da ist... Da ist warm. Boden wurde verstärkt. Ich hab zuerst was anderes verstanden mit H. Boden. Okay, ich hab Boden verstanden, aber... Boden wurde verstärkt. Es gibt schon... Oh, da ist ja noch eins Rüstung. Ja. Warte mal, kann ich eigentlich... Was ist eigentlich, wenn ich die Kamera da hinwerfe? Äh, toll. Ja komm, geh sie wieder raus. Ja komm, geh sie wieder raus. Jetzt warte mal. Experiment. Okay, hat nicht funktioniert. Ich hätte zu gern gesehen, was du gerade experimentiert hast. Ich hab versucht ne Granate aus dem Fenster zu schmeißen, aber das ist wohl impossibile. Wie darf man denn Spanisch zu schwätzen? Ach, da steht der Glassman. Sag doch einer was. Oh, ich hab da grad jemand gefunden. Ah, am Fenster hinter mir! Ah, am Fenster hinter mir! Zwei sind oben. Einer hat das Spiel verblasen. Du triffst mich nie! Ich bin's nicht. Orts, ich bin ganz viel blind. Fuck. Hauptpoint hat das Spiel betreten. Oben am Fenster, über mir. Die Strecke war gewesen. Nein, ich hab ihn gesehen und ich hab daneben geschossen. Wie hat er denn mich jetzt getroffen? Ja, gar nicht. Du warst halt halbtot. Dann steppst du automatisch. Ach, du verblutest dich. Ach so, wenn ich der letzte war. Mhm. Ach so, ja, dann kann ich ja keiner mehr heilen. Weil niemand kann dich heilen. Niemand kann dein Blut streicheln. Finde ich auch ein bisschen schwächlich von so hoch ausgebildeten Soldaten. Dass die es nicht schaffen, mit einer Hand noch mit einer Pistole zu schießen, wenn sie auf dem Boden liegen. Also das sind ja das für Pfeifen, ey. Ja, wenn die Hand gerade fehlt, dann ist natürlich... Schlecht. Ja, dann nehmen sie halt nen Fuß. Könntest du auch einfach mit einer Hand verbinden. Also manchmal hört sie bis an der Zeit Björn Socken im Mund zu. Mit dem großen Zeh. Warte mal, ist das so besser? Ach, er hat den großen Zeh. Ich hör dich gerade nicht, weil Sam schon wieder kollabiert, aber... Blablabla. Gib mir da ein Zeh. Ja, jetzt ist besser. Vielleicht sollte ich nicht ins Mikro gehen. Das wäre auch... Das wäre eine sinnvolle Alternative. Und wenn das Mikro auch nicht unter deinem Poppes ist, dann ist das auch noch hilfreich. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzunehmen. Was sind denn das für Geräusche? Jetzt mal ganz in der Zeit. Eichhornchen. Oh, ich hab ne Bombe gefunden. Sechser Tag. Wo ist die? Nein, er hat mich gefunden. Wo ist die Bombe? Im Erdgeschoss. Oh, da ist der Treppe. Hi Max. Hi. Hi. Ich sag doch. Okay, wir haben Castle. Ah, ich hab die zweite gefunden. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Hallo, Freunde. Hallo. Darf ich mal hier aufs Sofa? Nein. Oh nein, er hat mich gesehen. Scheiße. Die Schafe ist jetzt gesichert. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Komm, wir nehmen den Helicopter und schießen einfach die ganze Bude zusammen. Gute Idee. Mach mal. Das machen. Eigentlich war das echt keine schlechte Idee, weil... Mach den Björn da. Er macht schon Rabatz. Jaja, ich mach die Tür auf. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich hinlegen. Vorsicht, Sam. Raus auf den Sprengbereich! Jemand die Kameras kaputt schießt? Ah, da ist... Da ist einer... ...rechts... ...um die Ecke bei der Tür, Sam. Was ist rechts? Ja, Rook ist unten. Wie dumm ist das denn? Ach ne, jetzt geht's wieder. Ach, leg mich doch am Arsch, du. Oh man, er hat mich kaputt gemacht, der Dovi. Young Heathen. Hat mich kaputt gemacht. Wo ist der? Der ist da, wo ich gestorben bin. In den kleinen Raum drin. An der Treppe... Einer ist draußen. Wurde, was ist angezeigt? Wurde es angezeigt? Jetzt wurde es mir gerade angezeigt, ja. Ah ne, der... ne, der ist... der war zu schnell draußen. Dimmelberger. Du hast keinen Rauchen hier von hinten. Schön nochmal... Ah, von oben, du Penispumpe! Was mir gerade eingefallen ist, äh... Björn, wann machen wir eigentlich Aufnahmen? Ich glaube, nach einer Map immer, oder? Ja... Ja, ne? Ja, ne? Ne, ich will diesmal nicht, ich will diesmal... Ich weiß gar nicht, wen ich diesmal spielen will, den da. Warum hab ich denn jetzt hier? Warte mal. Morgsen hat sich von seinem YouTube-Money erstmal die fettesten Kopfhörer gekauft für Jäger. Ja, natürlich. Das ist ein Schweden-Balken. Da sind doch keine Kopfhörer mehr, damit kriegst du doch Kabel. Damit kriegst du doch Kabel, ja. Und Björn hat es irgendwie falsch verstanden, der hat es an den Mund geklebt. Deshalb klingt das so. Die Bomben. Meinst ja. Wird das jetzt nochmal neu ausrichten, das Mikro. Da kannst du nix gegen ausrichten, ne? Ach, solange er damit nix anrichtet. Hat noch einmal einen Punk? Oh Gott, ich hab ja gar keinen Stacheldraht. Erstes Mal Granate in den Keller geworfen. Like a pro. Hupsi! Da ist ne Drohne! Ja, meinser weiter. Da war ne Drohne. Hey, hey, hey. Hast du es kaputt gemacht, ja? Ah, Quitschdrohne. Ah, Quitschdrohne. Was quietscht? Quitschdrohne. Quitschdrohne. Okay, Nigga. Ähm, gut. Die kommen grade bei mir rein. Ich auch. Ja, ich weiß nicht, wo ich die Dinger hinsetzen soll. Ich mach das einfach irgendwo. Okay. Ähm. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich mich hinlege, hier. Hier. Ich guck da mal nach Gegners. Okay, eine Kamera ist schon kapott. Ja, mach mal. Wir haben da auch gemacht, aber... Dings ist hier. Der Typ mit dem Schild. Ah ja, den kenn ich. Das sind zwei. Vollkommen geflasht. Ich seh nix. Es hat schon wieder auch... Oh, das war ja unsere. Oh, hier ist ne Twitchdrohne. Hitmechill, das rum. Okay, noch einer down. Ich hab eins Problem. Da bist du ja nicht ganz alleine, sag ich mal. Oh shit. Sind da durchgefused. Ja, hier auch. Hat jemand Hallo gesagt, du. Hier. Also bei uns... Bei mir ist einer dritt, ne? Ach, der hat mir ne Granate in die Schnauze geworfen. Ist aber nett. Okay. Noch einer. Ah! Just... Geht wieder nach unten. Ach, shit. Ah, Mist. Ah, Mist. Schade. So oder so ähnlich hätte das laufen können. Hm. Na gut. So oder so ähnlich. So ist das gelaufen. Hä? Oh. Äh. Leider nicht für uns. Schade. Powerpoint.pt. Das ist da so ein geiler Name. Aber ich glaube, in der nächsten Folge wird das mit Sicherheit besser. Auf jeden Fall. Alter, wieso bin ich ja auf dem ersten Platz? Tja. Ja, das ist das Zimmer. Haben wir doch gesagt, du bist schon besser als wir. Ja, haben wir das schon verloren? Ja, wir haben schon verloren. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank. hauen